Herr Merz, ich weiß, Sie sind für Feminismus wie Einstein einst für die Physik. Nein, im Ernst, was hat Rassismus, dass er selbst Sie zum Gendern kriegt? Lieben Sie Rassismus mehr, als Sie den Feminismus hassen? Oder spült er seit jeher mehr Wählerstimmen in die Kassen? Klar, Migrantenkindern rinnen die Privilegien aus dem Schlund, die Mächtigen sind Grundschulkinder mit Migration im Hintergrund. Nicht etwa weiße Oberschichtler, Juristensöhne, Millionäre, die wahren Patriarchatsgesichter, der Quell der weiblichen Misere, sind kleine Paschas und ihr Vater, die ruchlos Lehrerinnen quälen. Dazwischen Sie als adäquater Frauenheld, ich würde Sie wählen. Nein, echt, Sie machen alles richtig, Sie sind nun mal ein starker Mann, der es, und das zu sehen ist wichtig, mit Grundschulkindern aufnehmen kann.